Ja, wir sind gerade auf der Reise durch Deutschland, wenn es wieder Wärme wird, auch auf der Tour durch Europa. Und wir haben festgestellt, es ist scheiße kalt geworden, Straßenmusik geht echt gerade auf die Nerven. Aber heute ist echt schon noch eine Nummer härter. Ich will schön den Klammen. Ja, letztes Jahr, auch so in die Zeit, da war es nicht weit von hier weg, dass da einfach Zelte standen. Und die Occupy-Bewegung einen Platz besetzt hatte. Dieses Jahr hat es die Polizei anscheinend nur mal schwerer gemacht. Keine Zelte, kein Feuer, nichts was wärmt. Naja, man kann heute über diese Bewegung sagen, was man will, aber damals war es doch echt eine schöne Zeit und ein schönes Gefühl. Und davon handelt das Lied hier. Wir sind wieder auf der Straße und das alles am zu Fuß wollen, wie man jetzt weinen, ein wahres Hummer sein muss. Es liegt nicht von von zwölf Jahren, das Leben ist kapiert, das System, das ist im Marsch und Leben. Wir sind Posit. Wir sind Augen, da tut man tausend, das alleine in Berlin. Auch in Frankfurt, Hamburg, letztes Film ein, ich würde es gehen. Wir fahren, wen und betrehen, wenn Menschenkohle spricht. Unsere Zeit, die könnt ihr haben, unsere Herzen kriegt ihr nicht. Hey Occupy, ja, ich bin dabei. Mit so ein paar Millionen Menschen, was ist das jetzt für ein Geschrei? Wir entschuldigen Zerstörungen und nur noch schnell die Welt verändern. Und sich dann mal ein scheiß Geschäften hindern. Straßensänger, singt von Liebe, ja, ich kam hier total. Empatisch, nächster Malerwissen, Horizontal. Der Kameradier läuft ja und ich zeig dir alles auf. Dankeschön, Salutchen, ey, du hast das echt mal drauf. Ach ja, ein Essen kommt bei uns im Container oder wird gespendet. Weil wenn zwölf, natürlich kein wenig verschwenden. Wenn man liegt daran, dass die Zipfel nicht lang genug für alle hat. Und im nächsten Camp macht Norbert uns wieder mit Rissen satt. Hey Occupy, ja, ich bin dabei. Mit so ein paar Millionen Menschen, was sind das jetzt für ein Geschrei? Ich will euch nicht drüber hören. Und ich will die Welt rissen und nicht daran hin, dass ihr Leben zu verändern. Oder wie? Ja, ja, ja. Und dann kommen wir uns nicht alle so, wie wir uns das verblicken. Und dann schauen wir uns nach, wir uns zusammen nicht einbeschränken. Die Stütze gibt's vorbei, ja, und die Scheiße gibt's nur rüber. Heute Abend und Lagerfeuer sind schon wieder unsere Lieder. Und ich will doch gar nicht auf dem, was hier alles kacke ist. Nein, ich weiß nur, dass auch hier das ganze Jahr lang schuften müssen. Wir sind zusammen im Publikum, aber auch nicht so viel klagen. Lieber noch mal was mit den Worten, was uns den Sänger sagen. Ja, ich will lieber mit euch das Rad neu erfinden. Mal mit Konten, mal mit Monten, dass das System überwinden. Lieber mit euch den Bundestag ersetzen. Jede Menge Reden und dein Häuser besetzen. Bist du ein Hiddy oder Militant? Es ist mir scheißegal, ich find was an. Es ist interessant, bist du von Liebe angetrieben und bereit zum Niederstand. Wenn's Mauern überwinden, ja, dann reicht mir die Hand. Egal ob Hippie oder Militant. Für eine freie Welt in Frieden ohne Vaterland. Wann überwinden! Vielen Dank.